Da sind wir wieder, wir sind 70G Ja, ja, ihr lebt noch Miau, miau So, ah man, wir sind nur 80 Megawatz, wat, wat Oh, ich hab nichts gesagt, mal die Solaranlage, ähm, uns sind 204 Sins Oh Alter, die Solaranlage kann ich aber trotzdem nicht wegmachen Was willst du denn? Was willst du denn? Reihenhäuser, mit einer Mit wachsenden Einholzen, die sind immer mehr zum Reihenhaus, das klassische Alternative zum Apartment Warte, wenn ich das hier wegmache, was passiert denn dann? Einmal 53,7 Jetzt brauche ich nochmal einen Park Ich glaube ich trau mich jetzt mal was, und zwar ein Atomkraftwerk Aber da braucht man gute Mitarbeiter Scheiße, ich muss meinen Krankenhaus aus Das heißt, wir machen jetzt einfach mal hier, wir sind einfach mal ganz sparsam hier, sparsam Und, äh, machen mal das Sonnenwärmekraftwerk, mach ich So, hat das jetzt, ja, okay, dann haben wir nämlich mal ein bisschen mehr Strom Das freut auch jeden Ne, scheiße, ich hab schon wieder so ein dickes Minus in der Kasse, ich glaub's ja nicht Jetzt ist es schon 45% super Läuft mit Batterie Und ich würde sagen, wir gehen aber mal in die andere Stadt nach, ähm, nach, keine Ahnung wie viele Folgen Oh, bei den Brenz, die sind unzufrieden Und, äh, Geldprobleme, ja, ist ein super Problem, um die ich mich hier wieder kümmern darf In SimCity Ah, so, die Ladezeiten sind immer die besten Zeiten Was willst du denn bitte? Ladezeit Nein, ich will keine Fähre bauen Was willst du denn bitte? Schnitzel Touristaktikationen, es kostet ja alles nichts Es kostet ja alles nichts Ne, wollen vielleicht doch einen Freizeitpark Wer das halt ankaufen muss Äh, es muss auf deiner Meinung in der Stadt, na toll Äh Ähm Ja Oh, es ging mal ganz schnell So, aha Wir haben jetzt eine Tourismusabnahme in der Region Ah, und ich hab mich gerade im Himmel verirrt Aha Ah, jetzt, okay Aber warte mal eben, bevor ich irgendwas mach Ich muss mir hier einstellen, weil wenn du direkt neben mir bist, dann sieht es zu scheiße aus Das muss ich mal eben, ja Ähm Mittel Na, was sagst du denn? Mittel Mittel Ich suche wie ganz schön, muss ich mich doch fett, ey Äh Äh So, weißt, was, was, was mit sich egal ist Daher Oh mein Gott Oh mein Gott Nein Ähm 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 Äh Äh Was haben die denn hier für Probleme Feuerwehr Oh ja, das ist echt ein Problem Ich glaube, ich kann jetzt die Akademie brauchen Alter, das kann nicht sein, dass es so verpixelt aussieht, ey Ohne Scheiß Ist bei Geometrie noch nicht mal hoch Oh, ich hab die Akademie frei Yay Also Ähm Fördert das Wasser Genügend Für 28 Monate Vorrat Brennerste Kontrolle, na das ist die für mich Hm Da tun sie mehr Touristen in die Stadt, na wie mache ich das denn? Ähm Mit einer Akademie Animation, Geometrie Schatten, Texturen Licht Nee Was willst du denn einstellen? Ja, aber die Städte sind nämlich so, wenn ich in die Ferne gucke, sind die einfach so scheiße aus Ah, jetzt, nee Nee, da kann ich sie auch nicht hinsetzen, wobei ich jetzt die Akademie hin Hahaha Naja, egal Ähm What? Blauer Nebel Ähm Und Abführ Ich hab die Akademie Yay Und keine Bulimie Hahaha Scheiße, im Megaturm brennt Was? Kann's brennen? Hahaha Ja Auch am Megaturm kann brennen Wieso gibt's dann keine Megaturm-Feuerwehr? Dieses Grab braucht Schubushalte mit den Kindern, die, äh, äh Ja, das ist schön fertig, glaubst du, ich hab noch andere Probleme? Ja, Bollemi Ja, Pech fertig, was ist bei dir noch los? Ja, mit der Einkommenschicht, ja, ich hab sonst keine Probleme Hahaha Nee Schubushalterstelle gewünscht, wenn sonst nichts ist Hahaha Alter, was ist denn für Probleme, ey? Hahaha Erforschen Erforschen, Stufe 2 Können wir die Spiegelbahnstation erforschen? Was? Du kannst mal die Skybridge erforschen, äh, die Skybridge erforschen Weil das könnten wir eigentlich mal bauen, dann zwischen die Migration Ich mach als erstes mal das Grid auf Stufe 2 So, und ich hab hier grad ein bisschen Wohngebiet an der Heißindustrie gebraucht So, was hast du für Probleme? Das freut mich doch Damit Renik es benötigt Halt, kein Money dafür, geil! Das Dämliche ist, dass ich keine Ärzte hier auf meiner Karte hab und somit Omega sonst nicht arbeiten kann, was voll dämlich ist, aber naja gut Was willst du denn bitte? Von dem Müllhalde Guten Abend Och Alter, wie... Wie viel da los ist, ey? Ich muss ja eben upgraden. Ich quete mal generell die Straße ab. So, dann mache ich mal ringsherum. Wie viel Cajolnet habe ich denn? 2.000 Euro von dem Überschuss. Super, freut mich. Langsam werden auch wieder meine Einwohner. Ach so, wie sieht man denn hier aus? So, was wollte ich denn jetzt mit dem Schuhkuss anstellen? Uh, alles vollgebaut hier, okay, fast alles. Alter, was man hier mit der scheiß Feuerwehr? 20.000 kostet das doch bloß. Aber wieso, wieso? So, das muss jetzt erstmal reichen, in Bildung. Damit das der Singdruck mal voll wird. Omega macht blauen Rauch. Ich schau mal eben zu deiner Stadt rüber, also zu der neuen. Hä? Wasser unterm Gebäude, Vorrat für 300 Monate. Gefordert das Wasser zu wenig. Scheiße. Na, 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 na. Hä? Wer arbeitet das Wasser 0%? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ja, es ist blöd. Sagen wir mal so meine Gefühle. Äh, nee, ich sehe gerade nur nach. Ach, okay, ich habe 219 Kilometer Überschuss. Und, dass ich den Dienst gebaut habe. Abwassersterilisator wäre eigentlich eine richtige Entscheidung. Denn dadurch habe ich keine Bodenverschmutzung und das Wasser, äh, dient mir dann wiederum als neue Trinkwasserquelle. Okay. Ja, ist ja so. Wie sehen wir denn hier aus? Ähm... Müllatomisierer. Müllatomisierer, wo kann ich den bitte erforschen? Scheiße, er ist auf Stufe 3. Die Stadt erinnert mich ein bisschen an San Francisco. So vom Straßennetz her. Und auch von... Welche? Äh, deine hier. Also da, wo du jetzt wahrscheinlich gerade drin bist. Oh, ho, 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 ho. Ach du, scheiße. Ja, die sind so mit, äh, mit den Cable-Carschienen. Äh, 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 bei der Verzeugungsstart. Ach, scheiße, ich habe hier Probleme. Das ist doch nicht mehr normal. Und auch ziemlich cool finde ich, dass die Züge anscheinend aus dem Tun und raus schanzen auf die Gleise. Äh, das heißt, dass die neueste Technologie wird hier eingesetzt. Hm. Da sieht es nicht aus. Äh. Aber gut. Ja, machst 3.000 die Stunde im Plus. Aha, aha, aha. Uh, geil, 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 geil. Wachse, liebe Kasse. Wachse, wachse. Wachse. So, was könnte ich denn noch bauen? Eine Kontrollnetteranlage? Nee, haben wir doch schon ein paar aufgestellt. Na, ich gehe ja wieder zurück. Nach Grenzfeld. Ähm. Ich brauche eine weitere Police Station. Was sagen denn da die Gefängnisse? Achso, Rathaus Upgrade. Ähm. Kann ich irgendwas bauen, was wir vielleicht noch nicht in der Region haben? Ähm. Achso, ma. Hey. Wir haben schon alles in der Region, was wir haben können. Wir müssten aber echt mal das RTL irgendwie für ein Großprojekt irgendwann mal aufstauen. Irgendwie. Ähm. Attraktionen. Was kann ich denn bauen? Äh. Ich entlasse mal ein bisschen die Straß. Maxi's Mann Statue. Das ist ja welche Statue wurde von Maxi's Mann persönlich handgearbeitet. Siby. Äh. Walknäuel. Riesenarme. Gartenzwerke. Na, ne. Oder ich baue ein Wahrzeichen. Ein Wahrzeichen? Oh mein Gott! Ähm. Mittlere Reistung diese... Was baue ich denn? Irgendwas, das sich lohnt. Olles Tauer! Was von denen ich jetzt schmiede? Ja, 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 die Regierung, nein, danke. Ey, war das nicht gerade? Maximaler Profit, Besucherzahl. Oh, ja. Holy fuck, oh verdammt, es brennt, es brennt. Kommt alle aus dem Haus. Ich nehme jetzt wieder Krediten. Oh ja, ich weiß, was ich baue. Jo, bovon, dritt, nee. Oh, verdammt, scheiße. Komm los. Keine öffentlichen Transpettmittel. Ähm. So, ich habe jetzt die Bovon Sydney bei mir drin entschieden. Das heißt, ich brauche jetzt am Busbahnhof. Okay. Ähm. Ey, was geht denn hier gerade ab, ey? Ja, die wohnen alle, was ey, ohne Scheiß. Nein, ich möchte nicht zur Touristenstadt werden. Man, so. Ich werde gerade zur Touristenstadt. Okay. Einfach mal übertrieben viele Bushaltestellen aufbauen. Und natürlich im Bereich von der UPA natürlich auch. Ach, du Scheiße. Eins, zwei, drei, vier. Äh, fünf. Dann habe ich noch nicht mal wieder abgebrochen. Ach, du Scheiße. Aber hier noch. Und hier noch. Ein Trümmer und... Ein Trümmer und jetzt wieder zwei Trümmer? Haha. What the fuck? Ah, Veranstaltungsplan. Alter, das ist so nice, so hässlich gebrüht. Ich mache jetzt hier einfach meine... Und da, ähm... Ich gehe mal so eine Veranstaltung. Ach, so Feuerwehr. Langsame Feuerwehr, ich will dich verarschen. Jetzt macht doch mal was, reißt doch mal was, ey. So, und ich mache gleich mal in der Polizeiwahr reden, damit das ja auch nicht so eine kriminelle Stadt wird hier, ey. Kennen wir ja schon das Problem. Steuern werden für die Industrie hoch. Ja, auch für Gewerbe. Bei Industrie machen wir 11 Prozent, so. So. Go, go. Dum, dum, dum. Oh, was war denn denn schon wieder, ey? Veranstaltung für morgen geplant. Um uns herum stellen wir überall Leute, ja. Finde ich sehr blöd. Aber ist halt dann vor allem so, ne? Ähm, ich bin gespannt, was mir jetzt die Oper bringen wird. Mehr Touristen. Damit kannst du dann mehr Leute in Casinos schlocken. Ich denke mal so halt. Äh, Casinos werde ich keine bauen. Wegen Kriminalität. Ja. Oh, geil. Ein Bürgermeisterhaus. Ja, warum mach ich noch immer Minus? Dum, dum, dum. Geh mal leichter an. Schon. Ja, die ganze Nacht lang in der Riesenblock Party feiern. Äh, Müllproblem mach ich. Das finde ich extrem viel Money. Äh, verlassenes Gebäude. Was hast du denn? Zu viele Verbrecher. Ja, dein... Okay. Gefängniszellen gehen. Äh, noch. Äh, was habe ich denn hier für ein Problem? Megaturm. So. Ach so. Hä, ich mach nur so. Ach so, okay, gut. Wo ist es da? Wie geht es eigentlich, die Billung? 750 Sims-Unterricht. Na, das ist doch schön. Oh, stimmt, Billung. Ah, fuck. Ach, alles treibt... Ihr habt doch hier euren Scheiß, oder? Was braucht die Feuerwehr? Kleinbrände überall. Gesundheit. Großprobleme. Polizei-Verbrechenswelle. Ja, das ist ja natürlich die Traumstadt, ey. Ach, Mann. Was hier... Füße im Handelsbruch ein Ruhelager zu. Wo ist denn was man alles tun? Ja. Da füge ich eben noch eins hinzu. Ach so, ich muss überhaupt mal eins hinzufügen. Ich folge nicht tot. Dann kann ich mich auch mal Ruhe exportieren. Verbrechen, Re... Was willst du, bitte? Export. So. Ich habe noch eine Garage hier, damit das verteilt wird, so. Und vielleicht auch eine Ölpumpe. Was hast du eigentlich? Weißt, was ich jetzt mache? Nein, ich habe zu wenig Geld. Scheiße. Verbesserte Tiefpunktpumpe ist schon auch geil. Äh, scheiße. Ich habe für die Finanzprobleme. Ah, ich kann dir diesmal kein Geld schicken, weil ich jetzt in der anderen Stadt bin und, ne? Und ich habe in der anderen Stadt auch nicht allzu viel. Okay. Jobeil, jetzt wo ich... Oh doch, von der Etage, du Idiot. Uns geht's ganz gut. Schön. Oh, ich habe jetzt einen Plus von 2000 wieder. Okay, das geht wieder. So, das ist alles, was noch Probleme macht, sind Feuerwehr. Ähm... Äh, Kreufe um Gewinne zu erzielen. Ja, das ist Pech. So. Mann, 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 ey. Mann, ey. Der Milito macht mir noch wahnsinnig, ich schwör's dir. Was, wenn der jetzt schon wieder... Wir erreichen nicht alle Brände... Boah, ich krieg hier, ne? Ich mache jetzt hier mal einen Filter drauf, so. Ich mach mit dem Scheißding gerade nur Minus. Was willst du denn, bitte? 40.000. Ja, 30.000 habe ich auch schon. Leuchtend, leuchtend. Ich bekomme kurz. Wie krass ist das denn aus? Hier liegt überall Mühe rum. Park'n'Ride. Ich muss ein Retro, da ist Retro, anwenden. Ich glaube mal, nee, die, dass ich ein Park'n'Ride im Woa aufstelle. Nur um zu sehen, wie's funktioniert. Haha, what the fuck? Aber hier gab's doch auch mal so'n Comic. Wieso gibt's denn das nicht mehr? Oder gibt's das hier noch nicht mehr? Das finde ich einfach zu blöd. Neutral, weich, bleich, rebeleuchten, werben, wenigstenset und kühler, sepia, film noir, schwarz-rot. Ich bin gespannt, ob das generell genutzt wird. Wie läuft's da? 5.900 Kontrollen im Überschuss. Alter, die Filter sind ja schon irgendwie geil. Die was? Die Filter, die's hier gibt. Platine. 21% der Vorschläge sind vom Upgrade. Alter, Platine, ey. Ne, aber ich glaube, ich mach einmal mal einen Filter rein, der, 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 der springt. Also, das heißt, das springt, weil es halt wirklich gut aussieht. Wir brauchen mehr Käufer. Ein Quarrenorange. Boah, das sieht ja auch noch gut aus. Warnschalungen um 20 Uhr, na, das freut mich. Jetzt hab ich mal einmal mal ein bisschen wärmer hier. Oder ein bisschen weicher. So. Ja, aha, aha. Nullhalde fast voll. Ja, aber genau, das wollte ich. So, auf den Müllverbrennungen hin, dann ziehen wir ein bisschen länger. Alle Wegen auf den Kontrollen. So. So, und ich hab das Beschluss machen müssen. Oh, okay. Ja, 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 ja. Und die Feuerwehrshow machen wir in der nächsten Folge. Ähm, wenn es dann wieder heißt, Let's Play SimCity. Ja. Spielt die der Suche. Ja. Schaut doch beim Kanal, das hier bei liegen anderen vorbei. Und bewertet das Video. Und... Wenn ihr bei mir schaut, bei Razer, oder wenn ihr bei Razer schaut, bei mir. Ja, genau. Das ist nicht mehr. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in einer weiteren Folge von SimCity. Tschüss. 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 Tschüss.